Unser Tommy hat ein neues Spielzeug, den Mikado Logo 700 X-Extreme startet jetzt zum Erstflug an 12S. Regler? Jive. Power Jive. 120er und der Motor Scorpion 520KV, HK 4525. Ja, so sieht es aus. Na, dann machen wir deine Kappe da rauf. Der Ronny hat die würdevolle Aufgabe, den Heli einzufliegen. Absoluter Erstflug, Meidenflight, Jungfernflug hier von Tommy, seinem Logo 700 X-Extreme. Absoluter Erstflug, Meidenflight, Jungfernflug hier von Tommy, seinem Logo 700 X-Extreme. Jetzt startet der zweite Versuch, wir mussten abbrechen, der Regler musste nochmal umprogrammiert werden, der Heli ist zu hochgelaufen, zu schnell, die Drehzahl und jetzt folgt hier der zweite Versuch. Ein Sound, hier in der Halle. Er hebt ab, sauber. Das erste Mal. Ein Baum. Ein Baum. Ein Baum. Ein Baum. Ein Baum. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.